Bald stehen die Ritterschläge an. Ich würde euch gerne zum Ritter schlagen. Doch zunächst müsst ihr lernen, wie ein Fürst zu leben. Tom Simpkins wird euch alles Nötige beibringen. Leute kommen auf die Burg. Mein Herr, warum baut ihr keine Küche? Ein Fest in der Halle würde euch sehr viel Ehre einbringen. Der Koch lässt melden, ihr könnt schnell und einfach zu Ehren gelangen. Wenn ihr eure Bauern gut mit Nahrungsmitteln versorgt, platziert ein oder zwei Jägerstände, damit die Bauern nicht immer dasselbe essen müssen. Das gute Wetter hat eine Rekordernte hervorgebracht, mein Lord. Wir können bald mit zusätzlichen Lieferungen unserer Bauern rechnen. Wenn wir mehr königliche Speisen in der Speisekammer hätten, mein Herr, könnten wir mehr Gäste an eurer Tafel laden und ihr würdet an Ehre gewinnen. Das Festmahl hat uns zu großer Ehre verholfen, mein Lord. Wenn wir weiterhin solche Festessen ausrichten, dürfte der König euch bald zum Ritter schlagen. Wirklich gut gemacht. Ihr habt euch als höchst ehrenhaft erwiesen. Steht auf, mein Ritter. Steht auf, mein Ritter. Steht auf, mein Ritter. Steht auf, mein Ritter.